Oh, Hallöchen. Wir sind ja nur spazieren. Und ich inspiziere diesen Busch hier, Sir. Wir gehen am besten taktisch vor, also... Oh! Scheiße! Oh mein Gott! Du Scheiße! Hey Kinders, willkommen zur neuen Folge GTA Online mit Big Verrel. Oh fuck, ich wollte in die Luft schießen. Scheiße. Ich betreibe da einfach direkt. Was, zwei Sterne? Wenn ich quasi meinen eigenen Fleisch und Blut in den Rücken geschossen hab. Die eine Streife fährt gegen mein Auto, die andere fährt gegen den Karton. Alter, irgendwie hab ich platte Reifen. Wie ist das passiert? Ich weiß, keine Ahnung, ich kann es mir richtig vorstellen. Ich sehe direkt vor deinem Auge. Ich hab mal das überfahren. Krass, Alter, der Ledersitz. Come on, der Krieger. Eigentlich verlinken wir dich nicht. Du bleibst vor deinen Minus-Abonnenten. Der ist gerade im Social Blade, der guckt seinen Abo-Live-Count an. Mit einem Weinglas in der Hand. Und dabei Tränen im Gesicht. Ich bin Schrauber. Ich bin Raser. Warum hat er sich so eine Haut gemacht? Warum hat er sich hässlich gemacht? So ein Gesichts-Gulasch. Guck mal. Was siehst du? Krieg ich doch meine Tablette. Ich will den Bus haben. Geht weg. Alter, wir zwei haben den krassen Mofucker-Bus der Welt. Mit Hautkrebs sollte ich auf keinen Fall haben. Oh Gott, die Scheibe ist ja getönt. Hallo. Hallo, what are you doing, bro? Ich fahre... Ooooooh. Dude. Alter, von drinnen sah das gar nicht schnell aus irgendwie. Aber auf einmal schon. Wenn euch die Wolke fallen hat, dann sag ich's mit einem Daumen nach oben. Ooooooh. Hallöchen. Wir sind ja nur spazieren. Und ich inspiziere diesen Burschen, ja, Sir. Weil wir gehen am besten taktisch vor. Also... Ooooooh. Scheiße. Fuck, Mann. Ja, Fahrer ist tot. Fuck, ich hab auch so sehr verpanikt. Ich bin verpanikt. Alle direkt 26 Dollar abgegriffen. Bridge. Direkt mal in Perspektive. Geil, Mann. Und die Wackelpuppe. Ooooooh. Auf so'n Tank. Zohleins vertütteln. See, Bridge. Ich denke schon, unsere zwei Kollegen haben das geschafft. Ich glaube, die sind zu blät für alles. Ich glaube, die haben es nicht geschafft. Ich glaube, die sind gerade beim Hautarzt. Ich kaufe gerade Klerasil, acht Kilopackung. Die sind schon da. Labernet. Die haben ja auch gleich stattgegeben, ne? Die sind gleich wie bei uns gerade. Ja, denkst du, wir haben es geschafft? Nee. Hey, die kommen sogar vom Dach. Vorsicht, da kommen welche rein. Gott, von hinten kommen die auch. Du kannst die in so'ner Deckung bleiben, weil die gleich von überall kommen. Von hinten, von hinten, von hinten. Jetzt will ich Parra sehen. Oh! Ah, der läuft weg. Okay. Der Baumkrieger rennt einfach davon. Lass ihn, lass ihn. Schlimmes Geld. Schlimmes Geld. Der schießt, der schießt. Das ist sein Motorrad bestimmt. Dann zerstör ich's wenigstens kurz. Granate drauf. Wahnsinnig. Oh Gott, ich hab das richtig pisst. Richtiges Dorf mit den nackten Leuten drauf. Hinter uns ist ein Spieler. Oh Gott. Okay, knall ihn ab, knall ihn ab. Oh Gott. Scheiße. Ja, das ist für mich der Baumgeist, oder? Ich hab mich schon jetzt so sehr verärgert. Keine Ahnung. Oh, der kommt jetzt. Weißt du, weil sein Moped kaputt ist? Der fliegt einfach davon. Wo ist das Pimmel da auf? Weißt du was? Der Pisser fährt immer noch hinter uns. Scheiße. Wir müssen ihn doch gleich kaputt ficken. Pass mal auf, wir locken ihn in dieses Lager mit den Pimmelleuten. Dann wird er einfach vergewaltigt. Haha. So reingelockt und plötzlich kommen diese riesen Schwänze und ficken den einfach. Boah, der kommt jetzt. Er gibt uns. Der ist auf seinem scheißen Moped, man. Der soll er mal versuchen. Oh fuck, man. Er gibt uns echt. Gegen die Wand gefahren. Oh. Fuck, man. Oh nein. Oh shit. Oh shit. Guck mal, wer davon fährt. Der Pisser. Ah, schade. Oh. Oh. Fuck. Ich hab dich umgebracht. Alter, musst du mich immer aus dem Auto schubsen, oder was? Ich geh jetzt ins Pimmeldorf. Weißt du, er wollte vorher nach dem Job einfach nur weglaufen. Was machst du? Du schießt ihm in seinen Faschissen und in den Rücken. So, Baumkrieger ist gefickt, Alter. Haha, voila. Unter mir ist das Pimmeldorf. Und ich hab immer ins Stolpern geraten, dann fall ich für immer. Oh Gott. Nein, nein, nein. Das ist passiert. Ich falle gerade. Nein, 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 nein. Oh. Ich falle. Ich bin direkt vorm Dorf im Fall, ne? Ich bin tot. Nein. Der hat nichts an. Da bammelt ein Pimmel rum, Alter. So ein alter Verschissender-Sack. Lassiger Schlabbel. Ich muss mir etwa seinen Sippy angucken, Herr Heidenay. Das ist so ein Hillbilly-Opa, der einfach untenrum nichts anhat und oben so ein gebartigtes Hemd trägt. Alter, so ein wild gewordener nackter Mensch. Wey. Was denn? Schießt nackt auf dich? Ja, ihn zu Waldbewohner. Scheiße. Ja, ja, mit so Bärten, ne? Ja, bei mir ist auch wieder einer. Aber mit Hose diesmal. Er hat sich erbarmt und hat sich was angezogen, der Kerl. Was mit der Zoom-Waffe? Oh shit, ja. Oh shit, ja, 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 ja. Aber so ein Fallschirm sollte ja an sich gar kein Problem sein, wenn wir ehrlich sind, ne? Oh. Oh Gott. Fuck. Er hat einfach so angefangen zu wacken und er ist halt gestorben, ne? Sag, warum hab ich keinen verschissenen Fallschirm? Ich hab also noch kein Fallschirm. Work, 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 das ist Harry Coochie. Das ist schon wieder alle abgehauen. Ich hab ein Easter Egg gefunden. Hier ist irgendwie ein Affe hingesprüht. Was ist das, Leute? Lego. Oh shit. Oh, ich bin tot. Das gibt's doch nicht. Was hat mir so feist? Vor allem, weil... Ich bin wieder ein Puff hier unten. Oh Gott. Warte, warte, ich bin gleich da. Also wahrscheinlich zwei unterschiedliche Flugzeuge nehmen. Ich glaub ich hab's geschafft. Gott, wir sind noch nie Jet geflogen hier, ne? Am PC. Okay, ich flieg, ich flieg, Mann. Ich glaub ein Jet verfolgt dich. Was? Echt? Fuck! Nein! Ich wurde getroffen! Scheiße! Nein! Falsch, dann geh auf! Willst du ein Jet nehmen? Was soll der machen? Na komm. Wir gehen mal in die Innenstadt und gucken mal, ob wir ein paar Spiele finden. Alter, hoff ich anzuvisieren. Da unten ist der, der uns gefickt hat die ganze Zeit. Der Grüne. Mein, mein, mein Jet, mein, mein Engine. Meine Engine macht Probleme irgendwie. Jawohl. Gefickt. Hast du? Scheiße, ich fühl's ab! Nein! Nein! Scheiße, mein Motor ist... Ja, genau! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Nein! Voll gegen den Stromast. Scheiße! Du hast Selbstmord begangen. Ich seh den Grünen. Ich fight jetzt mit dem grünen Pisser. Oh, ich hab ihn voll überfahren! Aber wie krass, du weißt, ich bin geflogen und bin auf ihm drauf gelandet. Jetzt rastet er wahrscheinlich total aus. Alter, ich zieh um, ich zieh in ein anderes Land. Können wir uns das Arsch tun, die Polizist? Haben wir ein Officer-Hab-Problem? Er hat mir gesagt, I'm gonna kill you, Punk. Oh, fuck. Ich will mich abgenallen. Der andere auch mit der Schrotfilter, pass auf. Der geht ins Ammonation rein, der Polizist ist da drin. Warte, warte. Warte, warte. Scheiße, warte! Oh, shit. Okay, Bro, also unseren Roller haben wir schon mal. Warte, ich fahr da mit rein, ich fahr da mit rein, komm. Was soll der Geilste? Oh, fuck! Wie aggressiv wird, ich geh ja schon, das ist ja schon gut. Oh, der schießt! Der ist ja unhöflich, oder was? Oh, hast du grad den Nachricht? Ja, ich hab mir in die Luft gejagt. Komm her, der hat keine Unterwäsche an. Schnell, bevor er komplett zum Arsch steht. Ja, weißt. Wir sind die Rollerbande. Keiner fickt mit uns. 1,87! So, ich bin Hassler, Rang erhöht. Ich hab 70 Kubik-Satz auf meinem Roller, da fahrt jetzt 60. Berg hoch. So ein Ernie-Spruch. Das haben sie aber früher wirklich gesagt, die ganzen Kinnis, ne? Echt? Auf der fünften Rollern. Naja. Weißt du, einfach so senkrecht, komplett hoch. 60 hochgeheizt. Rätsel austauschen, weißt du, als sagt, warum schon lacht der Haas. Ach Gott, was ich da alles drauf gemacht hab an dem Ding. Ja, das darfst keinem Verzehle. Weißt du, so Bierdeckel drangehängt mit so kleinen Kettchen. Lass uns einfach dreiben, ist egal wohin. Oh, fuck! Alter! Da muss ich meine Granate losschmeißen. Oh, fuck! Ich hab's nicht losgelassen. Alter, hast du gerade jemanden erschossen? Mit Glück noch. Dann ist alles gut. Unser neues Fluchtfahrzeug. Wir können gleich losfahren, aber erst muss das Verdeck hoch. Warte bitte kurz. Warte. Er hat warten gesagt. Sieh da oben, wenn sie auf auf uns zu schieben. Wir haben grad... Ah, jetzt ist mir... Wenn ich ehrlich bin, ist mir jetzt zu warm. Warte mal kurz. Was? Oh, fuck! Da klemmt jemand unter dem Auto. Oh, fuck. Oh, ne. Scheiße. Jetzt kannst du wieder in die Waschnerlauch fahren. Super, ich hör jetzt Vogelschiff auf dem Auto. Na, klasse. Wenn das den Bär da sieht. Oh, geil. Guck mal, wie viele Frauen da stehen. Alter, wie viele Fette. Guck mal. Alter, lass mal kurz einen anschießen. Oh, was machst du denn? Der Kopf ist irgendwie in Mitleidenschaft gezogen worden. Die werden garantiert nie wieder was essen. Wir sind Diätberater. Seit 30 Jahren sind wir im Dienst. Und wir passen wirklich haarscharf drauf auf, dass Leute nicht fett werden. Unser Motto, wer tot ist, isst nichts mehr. Achtung, pass auf. Döse nackt die Frau auf dem Plakat. Werde? Ich muss mir kurz mal die Hose auf... Oh, sorry. Oh, Gott. Ich wollte auf die Frau schießen und meiner fängt einfach an dich zu prügeln. Ist er bescheuert. Hätte ich das gewusst, hätte ich sofort eine Granate gezündet, ey. Die hätte einfach eine scheiß Granate in den Zylinder geschmissen. Wahnsinnig, der Zylinder ist frisch gebiegelt, Alter, ey. Säpfchen-Time. Ohoho, wie unge... Sie ist weggespawnt, krass. Sie ist wieder da. Oh mein Gott, Varel, das müsste Sinn. Sie ist total unentspannt. Bam, 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 bam. Mission Impossible. Bananenhelikopter. Varel. Alter. Steig sofort in den Bananenhelikopter. Boah, krass. Alter. Heli-Fight. Ohohohoho. Alter, stützt dich ab, Mann. Mhm. Jetzt ist er dran. Ja, gib ihm. Ja, Bananenkopter am Schlüssel. I'm coming. Ja, ich hab'n Truck. Runter, runter, runter. Ja, ich hab's. Ich hab's. Ich komm zu dir. Daugt sogar noch jemand drin, ne? Hehehe. Nein, scheiß ich das auf. Fuck. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott, die Umwucht, die Umwucht. Okay, 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 okay. Bist du drin? Ja, ich bin drin. Ich mach ihnen Perspektive. Wie das aussieht. Lass mich auf so einem Hochhaus runter. Okay, pass auf. Da ist das Gebäude. Ich versuch dich abzuschmeißen. Ich weiß nicht mit welchem Knopf. Ich werd jetzt schnell ein paar probieren. Achtung und go. Äh, scheiße. Oh, ich bin ausgestiegen. Oh Mann. Ich glaub du jetzt bist du ein bisschen gefickt, möglicherweise. Oh, ouch. Oh no. So Kinder, das war's jetzt auch schon hier wieder mit GTA Online. Bei Big Warling gibt's die nächste Folge. Schaut auf jeden Fall bei ihm rein. Und, äh, Warling, du hast die letzten Worte? Ja, vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. 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 Ciao.